Der in die KIP System K Software vollständig integrierte KIP Fold 2800 gewährleistet einen nahtlosen Workflow mit den KIP-Farb- und Schwarz-Weiß-Drucksystemen. Der KIP Fold 2800 bietet eine branchenführende Faltqualität, exakte Faltausgabe, präzise Pakete und scharfe millimetergenaue Längsfaltung. Der KIP Fold 2800 ist ein komplett automatisiertes Faltsystem für großformatige Dokumente. Sein kompaktes Design automatisiert Falten und flaches Stapeln von sortierten Sätzen und ist komplett integriert in die KIP System K Software und mit Druckertreibern. KIP Online Falter kommunizieren intelligent mit KIP Druckern für einen nahtlosen Workflow. Unterstützt durch die spezielle KIP Technologie für die automatische Titelblockerkennung wird das Dokument richtig rotiert und die passende Rollengröße ausgesucht, um ein gefaltetes Dokument zu erstellen. Der KIP Fold 2800 faltet in einem Durchgang technische Dokumente längs oder quer auf 210 x 297 mm oder 210 x 305 mm. KIP Systeme maximieren die Druckerproduktivität, da Dokumente in Standardgrößen effektiv gestapelt oder gefaltet werden. Ein ultraleises zuverlässiges Rollensystem sorgt für akkurates Falten, egal wie die Ausrichtung des Druckes ist. Die Faltfunktion wird durch den eingebetteten KIP Controller gemanagt, der alle Kopier- und Druckaufträge verwaltet und alle Auftragswiederherstellungen automatisiert. Ein schneller Druck auf den Transportknopf und die Dokumente werden fein säuberlich gestapelt und sind fertig. Der KIP Fold 2800 kann serienmäßig auch zum Offline-Falten benutzt werden. Nachdem die Warteschlange am Drucker angehalten wurde, kann der farbige Touchscreen bequem zur Auswahl der Faltprogramme benutzt werden. Benutzer werden nicht durch Netzwerkdruck unterbrochen. Benutzer können eine der Voreinstellungen wählen und dann die Dokumente eingeben. Bis zu 99 Voreinstellungen sind verfügbar, entweder zum Längsfalten oder Längs- und Querfalten in eines von den verschiedenen Paketen. Alle Drucker der KIP 800 und KIP 70 Serie haben die Option zur oberen Stapelablage. Zusätzlich bietet der KIP Fold 2800 eine integrierte Ablageoption von bis zu 100 ungefalteten Ausdrucken. Die KIP 900 Serie gibt gedrückte Dokumente immer nach hinten aus. Der KIP Fold 2800 stapelt bis zu 100 Pakete auf dem Ablageband und bis zu 20 längs gefaltete Dokumente auf der unteren Ablage. Jedes Paket ist korrekt in Z-Faltung gefaltet, die das spätere Dokumentenhandling deutlich erleichtert. Es gibt eine Auswahl an Faltstilen, einschließlich Längsfaltung, Paketfaltung, Buch und Mailer. Mit einem Rand von bis zu 30 Millimeter können Sie Buch- und Heftfaltungen erstellen. In vielen Fällen können Dokumente in variabler Richtung eingegeben werden, um je nach Wunsch quer- oder hochformatige Pakete zu erstellen. Paneele bei längs gefalteten Dokumenten können von 180 bis 310 Millimeter groß sein. Die Dokumentenlänge bei Längsfaltung kann bis zu 6 Meter betragen. Optional ist auch eine unlimitierte Länge für Längsfaltung erhältlich. Der KIP Fold 2800 wurde für Produktionsfaltung entwickelt und bietet einen nahtlosen Workflow mit den KIP-Farb- und Schwarz-Weiß-Drucksystemen. Besuchen Sie kipp.com für mehr Informationen.